Halleluja, es ist geschehen. Ich habe eine freudige Botschaft. Ich darf ein Webinar für Altplan halten. Am 19.02. und das Thema heißt Einbauteile. Wunderbar, dafür eigne ich mich ja perfekt. Und was euch erwartet, sind unter anderem die Abdichtungen von einem Gebäude. Zum Beispiel Fugenbleche oder Sollwürselemente, Rückbiegeanschlüsse, Dübelleisten, Kratplattenanschlüsse. Alles mit Legenden auswertbar oder mit intelligenten Reports. Ihr dürft gespannt sein. Die Anmeldung ist natürlich kostenfrei und ist unten in der Beschreibung drin. Gleich anmelden und dann sehen wir uns am 19.02. Ich freue mich auf euch. Euer Peter. Servus. Ciao. Und sagt es natürlich all euren Freunden weiter, Kollegen. Und dann sehen wir uns. Jetzt kommt die Endcard. 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 Untertitelung des ZDF, 2020